Hi, heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Gast zu Besuch, und zwar meine liebste Ella. Schön. Und wir filmen zusammen den Face Swap. Wir haben schon bei mir angefangen. Ihr seht schon, ich bin wunderschön geschminkt. Nicht, weil ich so wunderschön bin, sondern weil ich sie zaubern kann. Und sie wunderschön ist. Oh, jetzt geht's los. Nein, du bist schön. Nein, du bist schön. Ja, ich gerade besonders. Auf jeden Fall ist es eine andere Art von Face Swap. Also, nachdem ihr das Video gesehen habt, schaut ihr hier vorbei. Auf jeden Fall. Und jetzt geht's aber an dein Everyday Make-up an mir. Genau. Ich bin schon sehr gespannt, weil Ella so ein paar Sachen hat, die ich so im Alltag eigentlich nicht tragen würde. Aber die bei ihr immer richtig gut aussehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das gleich an mir aussieht. Und ich bin nervös. Dann würde ich sagen, beginnen wir einfach schnell. Okay. Jasmin hat schon ihre Feuchtigkeitspflege aufgetragen. Das ist die Charlotte Tilbury. Genau, die Magic Cream. Okay, gut. Gut, weil ich nicht so fancy Creme habe wahrscheinlich. Wolltest du nicht meine ausprobieren? Nein. Das ist mir nicht angeboten. Das stimmt. Weil ich dachte, das ist... Gut, machen wir weiter. Ich persönlich liebe Highlight. Aber mir ist es oft einfach zu stark. Ich mag nicht, wenn man auf den ersten Blick sieht, dass da jemand Highlight trägt. Deswegen mache ich mein Highlight etwas unkonventionell. Und zwar benutze ich Benefit High Beam. Das ist ja so ein Flüssig-Highlighter, den man echt gut anwenden kann. Und weil ich es nicht so intensiv will und eigentlich selber eine sehr stark deckende Foundation trage, mache ich mein Highlight immer unter die Foundation. So ein bisschen auf den Wangenknochen. Ich gebe nur ganz, ganz bisschen auf die Nase. Ein bisschen zwischen die Augenbrauen und auf den Lippenbogen. Da geht schon... Heißt das Lippenbogen? Wie heißt das? Ja, Lippenbogen natürlich. Und verblende das ganz einfach mit dem Ringfinger. Der Ringfinger, weil man damit nicht so viel Druck ausüben kann. Und ich finde das einfach ein bisschen angenehmer, wenn es ein bisschen zarter eingearbeitet ist. Und ich klopfe das tatsächlich einfach so ein bisschen in die Haut ein. Weiter würde ich jetzt auch machen mit Foundation. Da kann ich natürlich nicht meine nehmen, denn wir haben einen etwas unterschiedlichen Hautton. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Deswegen müssen wir auf ihre Everyday Foundation zurückgreifen, einfach weil der Farbton dann auch besser passt. Und zwar ist das die L'Oreal Paris Infallible Pro Glow in der 205 Natural Beige. Infallible? Infallible? Infallible. Ja. Ja, correct. Und auftragen werde ich sie mit dem Real Techniques Expert Face Brush. Reicht, glaube ich. War bei mir vorhin auch so zehn Jahre später. Und ich mache das jetzt nicht irgendwie dramatisch, denn ich will jetzt hier keine große Deckkraft erzeugen. Ich versuche das gut einzuarbeiten mit so ein bisschen klopfenden, streichenden Bewegungen. Und ihr dabei möglichst nicht das Auge auspiksen. Das wäre doch gut. War das ein Satz? Fühlt ihr da ein Verb? Ich bin nicht sicher. Wenn ich merke, dass ich auf dem Pinsel nicht mehr viel Foundation habe, beziehungsweise eigentlich so das meiste eingearbeitet habe, gehe ich gerne mit den Resten noch so ein bisschen übers Augenlid. Einfach weil das alles so ein bisschen vereinheitlicht. Weiter geht's mit Augenbrauen. Dann nehme ich jetzt auch wieder ein Produkt von Jasmin, weil mein Augenbrauenprodukt wahrscheinlich zu dunkel ist für deine aktuelle Haarfarbe vermute ich. Und das ist der Yves Saint Laurent Eyebrow Pencil in der Nummer zwei. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Augenbrauen gemacht mit so einem Stift. Nee? Nein. Aber das Schöne an dem Stift ist, da ist hinten noch so eine kleine Bürste dran. Das heißt, ihr habt ihr gleich griffbereit, um die Augenbrauen so ein bisschen in Form zu kämmen, bevor ihr anfangt. Augenbrauen bei wem anders? Alter Falter. Oh Gott. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gut, weiter geht's mit den Augen. Da mag ich momentan gerade im Sommer gerne was, was so ein bisschen Schimmer hat. Und da benutze ich gerne von Misha das Fluid Eyes. Das ist so ein Gold-Bronze-Ton, den ich mir zu deiner Haut noch viel besser vorstellen kann als zu meiner. Steht da eine Nummer drauf? Es ist koreanisch, aber ich kann leider gerade nicht so gut lesen. Ansonsten kann ich natürlich immer noch super perfekt koreanisch. Ihr habt hier so einen kleinen Applikator und damit gehe ich tatsächlich einfach nur über die Augen rüber und versuche das auf dem beweglichen Lid so ein bisschen aufzutragen. Beim Auftrag selbst jetzt mit dem Applikator mache ich jetzt keinen großen Stress. Ich gebe das einfach so ein bisschen rüber, um ein Produkt aufs Auge zu kriegen und verblende das dann mit dem Ringfinger wieder. Und der Look halt von dem ist wirklich schön. Das ist sowas, was man ganz, ganz einfach auftragen kann. Und wenn man es jetzt nicht so dick aufträgt, hat man auch kein Problem mit Creasen und was einfach den ganzen Tag irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Hingucker. Weiter geht's mit Lidschatten. Und da benutze ich gerne die Naked Basic 2 Palette. Das ist so eine Palette mit lauter Nude-Tönen, die auch alle matt sind. Bis auf dieser hier, der hat so ein kleines bisschen Schimmer. Das ist so ein Highlight-Ton, der, den ich schon im Grunde rausgenudelt habe aus dem Ganzen. Und dann nehme ich in meinem zu Eva-Blende-Pinsel so ein bisschen was von diesem Braunton auf. Das ist Cover. Und ich gehe tatsächlich nur ein bisschen mit der Spitze rein und gebe etwas in die Lidfalte. Und auch das mache ich jetzt nicht wahnsinnig intensiv, weil ich will jetzt eigentlich nur dem Auge so ein bisschen Kontur geben. Sehen die Lidschatten bei mir anders aus als bei dir? Das ist lustig. Ich finde die bei dir viel schöner. Echt? Ja, weil es eben viel besser so zu deinem Oliven-Fahnen-Hautton passt. Das ist so richtig... So wie andere sagen würden, my lips but better, es ist so my lips but better. Der war gut. Dann mache ich weiter mit einem Lidstrich. Und ich persönlich mag nicht so gerne flüssigen Eyeliner, gerade im Alltag nicht. Ich mag es eher, wenn es natürlich aussieht. Und ich möchte eigentlich nur so ein bisschen einen Schatten erzeugen, der die Wimpern so ein bisschen intensiver aussehen lassen. Dafür nehme ich einen ganz einfachen, schnöden Eyeshadow-Pinsel und gehe in die letzten beiden dunklen Töne rein. Und die beiden mische ich so ein bisschen und gehe auch wieder nur mit der Spitze vom Eyeshadow-Pinsel in die Töne. Mach mal Augen zu. Und jetzt tupfe ich mit der Spitze einfach nur an den Wimpernkranz ran. Und jetzt müsst ihr so ein bisschen open-minded sein, bitte. Ich trage im Alltag täglich künstliche Wimpern. Und das klingt jetzt erstmal sehr extrem, aber ich habe irgendwann festgestellt, ich mag das sehr gerne. Ich habe eigentlich blondes Haar und bin von daher auch ein sehr blasser Typ und mag gerne so ein bisschen Ausdruck in den Augen zu haben. Und da benutze ich wahnsinnig gerne diese Wimpern. Das sind von Adele die Naturals Multipack, die Demi Whispies. Jetzt ist eben die Frage, wenn ihr es sehr dramatisch möchtet, nehmt ihr vorne ein bisschen ab. Wenn ihr es eher natürlich wollt, nehmt ihr hinten so ein bisschen ab. Aber ihr seht schon, die sind ja hinten so ein bisschen länger als vorne. Von daher würde ich jetzt bei dir eher auf so einen Alltagslook gehen und würde mir hinten ein bisschen was abschneiden. Okay. Und ich gehe tatsächlich, schneide nur ein Bündchen ab. Ist natürlich super, wenn ihr so eine riesengroße Schere habt. Das geht super unkompliziert an. Als Wimpernkleber benutze ich gern einen, der natürlich verträglich ist. Einer, den ich als sehr mild empfinde, ist der hier von Fingers. Das ist ein super schön formulierter. Ich habe auch das Gefühl, der hält besser als der Duo Wimpernkleber. Der einzige Nachteil ist da die Verpackung. Du siehst schon, warum riechst du an dem Kleber? Weil ich finde, dass der von Duo nach Fisch riecht. Öh. Ja, gut, das stimmt. Und das mag ich gar nicht. Und der riecht nach Kleber. Nach Kleber, genau. Und den trage ich ganz, ganz dünn eigentlich einfach auf das Wimpernbändchen auf. Das geht auch ganz gut mit diesem Applikator da vorne dran. Und während der jetzt trocknet, kannst du ihn loslassen, machen wir weiter. Und da kommt Ruhe. Okay. So lange lässt du den jetzt trocknen. So lange lässt du den trocknen. Für mein Highlight, auch da bin ich eher ein sehr schlichter Typ sozusagen. Ich mag mein Highlight nicht so intensiv. Und wenn ich dann noch ein bisschen mehr möchte, nehme ich sehr gerne das hier. Das ist der Star Bronzer von Peter Schmüdinger. Das ist nichts, was ihr auftragen könnt, wenn ihr sagt, oh, ich will unbedingt jetzt Leute sehen, dass ich Highlight drauf habe. Bist du angezogen? Ja. Wieder. Huh. Huh. Als Bronzer benutze ich von Miss Lynn das Barbados Babe. Das ist, glaube ich, so ein bisschen angelehnt an die Balm, das Balm-Produkte. Ja. Und gebe einfach nur so ein ganz kleines bisschen. Bei dir sieht das natürlich irgendwie noch viel mehr nach Urlaub aus als bei mir. Bei mir sieht das einfach aus, oh, da ist wieder Leben. Alles klar. Die Leute mit heller Haut, die werden nicht verstehen. Nein. Okay, kannst du ein bisschen nach oben gucken? Ich gebe das auch wie... An das Doppelkinn. Genau, wie Kontur an dein riesiges Doppelkinn. Wahnsinn. Was Jasmin für ein Doppelkinn hat, so aus der Nähe, ist das richtig schlimm. Ich habe hier nur Katzen um mich drum herum. Hier ist ein... Ja. Ich bin die Mama Katze. Ja. In der Zwischenzeit ist der Kleber von den Wimpern auch schön klebrig und nicht mehr so feucht. Augen zu. Und jetzt setze ich den einfach so gut ich kann in die Nähe vom Wimpernkranz. Natürlich nicht direkt drauf. Und das Gefühl... Ich weiß, man gewöhnt sich dran. Aber das ist so komisch. Künstliche Wimpern zu tragen. Geh nochmal auf. Okay. Fancy. Und jetzt gebe ich nochmal mit dem Lidschattenpinsel, wie eben auch, mit einem Schwarz, einfach so ein bisschen eine kleine Schicht auch über das Wimpernbändchen. Einfach, um das so ein bisschen zu verstecken. Ich mache das mit der gleichen Technik wie eben. Einfach so ein bisschen am Wimpernkranz tupfen und über das Wimpernbändchen rüber tupfen. Lässt sich gut verblenden. Das lassen wir jetzt noch einen kleinen Moment trocknen und gehen gleich nochmal mit Mascara ran. Und in der Zeit komme ich mich jetzt um den Concealer. Wo willst du hin? Es macht jetzt keinen Sinn, vorzugehen. Wir lassen das Ganze jetzt noch ein kleines... Ich habe gerade gefummelt. Und zwar benutzt sie von Tarte den Shape Tape Concealer in der Farbe Medium Light. Oh, okay. Der hat einen sehr großen Schwarmapplikator. Und ich gebe jetzt einfach... Ich kann es einfach vielleicht mal hochgucken. ein bisschen von dem Concealer genau dahin, wo die... Naja, du hast nicht wirklich Augenringe. Es ist halt so ein ganz kleines bisschen... Ich bitte dich. Es ist nicht viel. Also... Es ist echt nicht viel. Für jemanden mit einer olivfarbenen Haut hast du keine starken Augenringe. Und verblende ich den Concealer mit meinem Face Shape Pinsel von Zueva in der 110. Und auch da, einmal wieder nach oben gucken, tupfe ich und arbeite den Concealer schön genau da ein, wo ich sehe, dass da irgendwie so ein bisschen Unterstützung hier braucht wird. Sagen wir es so. Ordentlich Unterstützung. Ich mache weiter mit meinem Puder. Das ist jetzt sehr hell, aber ich gebe auch nicht viel darüber. Es geht nur so ein bisschen darum, den Concealer zu setten. Und zwar benutze ich von Manhattan das Clear Face Compact Puder in 70 Vanilla. Ich finde es sehr schön, weil es so einen leichten Weichzeicheneffekt hat und lässt sich halt einfach gut auftragen und ist unkompliziert. Deswegen einfach wieder hochgucken. Und da gebe ich auch nicht viel drunter. Ich gehe einfach nur ganz leicht unten unter die Augen. Genau dahin, wo ich den Concealer aufgetragen habe. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Und jetzt geht es zurück zu den Wimpern und ich trage Mascara auf. Und ich benutze den The Colossal Volume Express von Maybelline. Und ich lasse die Wimpern sozusagen auch so ein bisschen liegen auf dem Bürstchen und ziehe das dann hoch. Spitze. Und dann sehr vorsichtig die eigenen kleinen vorne. anmalen. Damit sind die Augen meiner Meinung nach fertig. Hoffen wir. Und ich würde jetzt zum Schluss einfach noch einen Lippenkorb auftragen. Dafür habe ich ein bisschen Schiss, weil ich glaube, das sieht an Yasmin ganz anders aus. Das ist von Revlon der, lass mich kurz gucken, Super Lustrous Lipstick in der 415 Pink in the Afternoon. Let's hope for the best. Einfach Lippen entspannen. Soll ich nach oben gucken? Genau, guck einfach mal auf. Das ist am besten, wenn man Lippen macht, immer nach oben gucken. Jetzt mach keinen Quatsch, jetzt mach ich mir die Nase an. Und das ist dann mein Look. Ich finde es super schön an dir. Ich finde es richtig schön, ja. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, dass es dir nicht zu viel ist. Wie gesagt, ich versuche alles ein bisschen zurückzunehmen, aber eben mit den Wimpern so ein kleines Statement zu setzen. Okay, bist du bereit? Ich bin gespannt. Ah! Wow! Wow! Krass! Sieht richtig schön aus. Yes! Wirklich. Aber weißt du was? Weil du diese Base vorher benutzt hast, sieht das total warm aus. Ja. Weil ich hatte ein bisschen Sorge, dass das zu kühl ist auf meinen Augen. Aber durch die Base unten drunter sieht es richtig bronzy, sonnengeküsst aus, wie ich das liebe. Yay! Und auch mit dem Bronze hast du es schön so aufge... Sieht so aufgefrischt und aufgewärmt aus. Magst du es? Ja, ich mag es sehr. Yay! Magst du es? Ja, ich mag von dir voll. Das sieht voll gut aus. Was sagt ihr? Wie gefällt euch der Look? Super. Seht ich aus wie Ella? Schon, oder? Voll! Sieht eins aus wie ich. Auf jeden Fall hoffen wir sehr, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt interessiert seid an diesem Make-up hier, dann klickt auf jeden Fall in der Infobox. Und hier habe ich es wahrscheinlich auch irgendwo verlinkt. Ich werde mich so verböhnt. Zehn Stunden später war sie dann irgendwann fertig. Also falls euch interessiert, wie ich das hier erschaffen habe, dann klickt auf jeden Fall Ellas Video an und auch sonst auf ihren Kanal. Da findet ihr ganz, ganz viele nützliche Videos zum Thema Organisation, Leute. Davon könnten wir wahrscheinlich alle ein bisschen mehr haben. Oder sehr viele von uns. Ich auf jeden Fall. Denkt dran, auch Jasmin einen Daumen zu geben. Das hilft immer sehr. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr seht euch dann im nächsten Video. Ja, und wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch Ella öfter mal. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, ist nicht. Bis dann. Tschaui.